Aber für dich kann ich auch der Nieder sein. Wie mein Binge. So. Warte, komm gleich. Kein Moment. So, wenn wir das dann eingesammelt haben, werden wir da gleich einen Gruber hinterher schicken. Was, was wir jetzt machen müssen? So, wenn wir das dann holen, dann ist eine... So. 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 hat er gesagt. so. 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 Ich bin draufgekommen, das große Feld, ja, das ist so groß, dass das, äh, dass das, das ist großes, das 106er, ja, dass das so groß ist, dass das bis zu meinen, bis zu meinen Hof rüber geht. So, so, das heißt aber eigentlich könnte ich dann gleich mit dir vorbeifahren und das Sachen holen. Jo. So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgang, Farben Simulator, ich bin der Fang genau, im Hintergrund werde ich auch endlich, ich weiß nicht so wie lange heute, aber er ist auch mit dem Buch, also auf der Karte. So. So. Ja, wir sind da fleißig am ernten. Äh, wie viele verschiedene Fruchtarten sind, also Getreidearten sind das jetzt? Zwei. 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 Und wegen dem Feld, das ist eine gute Idee, dass wir diesen Punkt neutraler vor hinstellen. Ich glaube, das Feld muss ja nicht groß sein. Mann, das reicht ja. Das ist die Frage, warum wir es platzieren. Bleibst du mit deinem Hof dort? Ja, bleibst du schon. Aber wenn ich dann umbaue, brauche ich den ganzen Platz dort. Ja, ja. In der Wahl kann noch alles so bleiben, wie es ist. Weil wir könnten nehmen, ich weiß nicht, wobei das ist ziemlich nah bei mir. Das ist irgendwo zentral, dass wir das machen, aber das sind kleine Fehler. Weil das zum Beispiel 107 oder 48 oder so ist klein. Oder man macht unten, unten, wo du hast 185, das 179 zum Beispiel. 179? Wo ist denn 179? Du hast das 185, das große. Wieso? Ach, sehe schon, ja. 185. 199, ja. Oder du hast irgendwann neutraleren Standort. 174? Ja, das ist ur-klein. Das ist wirklich klein. Startkern. Bist du etwa da, oder? Wert 200? Achso, der kauft den Hof da drüben dazu. Okay, jetzt wissen wir aber, wo der Hof ist. Ja gut, das ist ja den, den ich hatte. Achso. Okay, dann fällt das aber aus. Ja. Na gut, ist er nicht für jetzt. Kann man auch schon sagen. Wie wär's mit dem Siebenerfeld? Das ist vom Hof. Also 160 ist das eigentlich. Vom Hof, vom ehemaligen, hinunter ein Stück. Kostet 20.000 das Feld. Ja, das war auch nicht so groß, ja. Mach mal. Jetzt willst du schon. Achso. Ja, nein, müssen wir nicht. Aber ich dachte, du wirst das weg haben. Nein, nur wenn ich dann umbau, eben dann, dass wir dann schon eine Lösung haben. Ja, okay, dann machen wir Siebener. Ich weiß schon, aber es ist halt auch praktisch, weil wir mit Beinen und sowas, dass wir es nicht mehr von irgendwo holen. Also so wäre das gleich am Hof. Gut, das wäre dann wieder ein bisschen mehr Realismus. Was denn? Na, dass das irgendwo auch kommen muss. Ja gut, normalerweise holst du ja das dann beim anderen Hof ab. Achso, so meinst du. Und nicht irgendwie von der Pampa. Ja, stimmt. Jetzt willst du es dort runter extra und ich hole es dann von dort unten extra zum Beispiel. Was du meinst? Ja, das macht keinen Sinn. Ja, ich muss schauen, vielleicht bringe ich das irgendwie unter. So. Ja, das ist der dritte auch schon wieder voll. Dann wollen wir dich heimfahren lassen. Und wir müssen irgendwas mit dem Kurs machen zum Strohhändler. Zum Strohhändler. Warum? Weil ich habe das auch ausprobiert. Ich bin vom Händler losgefahren. Okay. Ich habe beim Strohhändler was abliefern lassen. Und er fährt über deinen Hof drüber immer. Wahrscheinlich gibt es keine direkte Verbindung dorthin dann. Ich habe also das vom Strohhändler, habe ich ja von mir aus eben gemacht. Also man, das heißt, er wird wahrscheinlich zu mir zuerst fahren und von dort dann erst zum Strohhändler. Weil vom Händler zu mir habe ich ja schon einen Weg gemacht und vom Händler, also von mir dann zum Strohhändler. Da habe ich den Weg gemacht. Ich bin ja nicht vom Händler direkt dorthin gefahren. Okay. Weil er fährt immer, immer durch deinen Hof durch. Und wenn da was steht gerade? Naja, dann Fahrzeug. Logisch. Und wie sollst du das nicht checkt da jetzt? Sooo. Sooo. 120. Dann zick. Fälle bei mir sind jetzt schon überall verteilt. Du bist schon schön verteilt, ja. Wie viel haben wir denn dann noch, Leute? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn haben wir dann noch. Jetzt schon was raus. Hier sind dieücke. Die Wasserfälle, die Wasserfälle, die Wälderbäckchen zurückkeine ich mich vor. Und da ist die Beine, die Wasserfälle, die Flaschiskirchen sie spooky sind. Hier sind die Flaschiskirchen. Sie haben jetzt eine Flaschiskirchen, die Flaschiskirchen. Wyselwenn, die Flaschiskirchen-Bakazkirchen sind. Alter, das glaube ich jetzt nicht. Wasser. Mein Dresch ist in Wasser gefahren. Und ich sage au revoir. 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 Das ist der Bagger. Der Bagger, der mal im Gegensatz kommt. Und der Schafel vor. Also der nimmt nie Rücksicht, das ist unglaublich. Der fahr immer durch. Normalerweise alle Autos bleiben so unvorsichtig immer stehen. Obwohl sie eh fahren könnten, aber der nicht. Der fahrt durch. Der nimmt Rücksichts nicht. Das war auch nicht so groß, aber... Was geht nicht? Ich wollte mit dem Drescher gleich einen Anhänger mitnehmen, aber da hängt die hintere Achse in der Luft. Das war nicht so groß, aber das war nicht so groß, aber das war nicht so groß.